Okay. So, andere Seite. Dann können wir uns hier am Loot verlustieren. Oh, ich muss erst mal was essen und trinken. Äh, ein Plack. So. Auch kein schlechtes Bohren für meine Aufgabe. Gehen wir hinten in den Büch? Mhm. Mhm, mhm. Und save. Tiefst du? Nee, nee. Zieh mich nah. Das ist ein Old Guest, vermutlich. Mal was trinke ich mir wieder. Mal drei. Mal. 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 wieder zu dir ok ich bin noch drin ich bin oben ok brauchst du die Pistole? nö kannst du behalten grüne Batterie schön mit Schalldämpfer oh nö, kannst du nehmen aber ich danke dir schmeißen sie es weg? achso dann nehme ich sie natürlich ja die machen vier Plätze aus na ich steck sie gleich ins Holz ja deswegen, ich hab ja eine Pistole dabei ach scheiße, ich hab sie zerlegt ich bin schon mal hier warte, warte, warte weg, ja ist ein Magazin dabei? ok danke es ist hier oben warte, die schmeiß ich noch raus aha hast du sehen, ob ich zerlegen gekommen naja, dann arbeiten wir uns mal vor schießt, ist das 0x18 Munition, was die braucht? äh, warte mal ja, hast recht komm her, komm her, komm her hier kannst du gleich mal durchladen irgendwo rechts da raus schmissen gerade Munition ist immer ein bisschen kritisch weil die weglitschen kann achso hier, 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 hier guck mal 5er Waffe, ne hast du ne 5er oder ne 7er Waffe? 10 ne, weiß gar nicht wie viel Schuss die hat 14 oder? ne 20 hast du ne 45 ne 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 7 6 ne 7 6 2 ok ok oh da kommt was oder? mhm gut gut dass ich die Pistole hatte war nicht noch einer? ne die Pistole hat es echt gebracht die AK auch selbst auf die Distanz einer die flattert ja ist der Wahnsinn mhm Schienen oben Spieler hat mich, hat mich, hat mich hat mich, nein oh man ich hab noch nachgeladen ich musste nachladen das Magazin wechseln oh shit Mist ja das ist schlimm ach so ärgerlich ah der hat gut gefressen ich hab mal leider musste ein 20er Magazin ein 40er wäre weg gewesen ach ich ich hab das ganze 20er Magazin gefressen könnte nicht mehr viel gehabt dann krass ich war komplett drauf die ganze Zeit von vorne bis hier mit dem Magazin ich war komplett drauf die ganze Zeit von vorne bis hier wo liegst du wo liegst du? ach hier geht doch im Eingang das ist eigentlich ganz gut schmeiß dein Zeug einfach mal in die Pampa ja oder es liegen komplett ist doch egal boah wo hab ich mich jetzt erschrocken einer schwerer einer schwerer boah wie viel Munition hast du mitgenommen das ist ja der Wahnsinn das ist ja der Wahnsinn ich nehm halt keinen Rucksack den bring ich dann nachher wieder mit rein das ist ja der Wahnsinn das ist ja der Wahnsinn das ist ja der Wahnsinn der Wahnsinn das ist ja der Wahnsinn da wird geschröpft kann ich die AK ohne Rear-Side spielen? was ist denn nur? was? kann ich die AK-74N ohne Rear-Side spielen? weiß ich nicht das ist was ist das hinten? Kim oder was? ja sowas in der Art ja ich denke na wenn ich die hintere Haube wechseln will das Last Cover dann passt das mit wo ich ein Visier drauf machen kann das passt nicht drauf ohne ich müsste das Rear-Side runter nehmen dann passt das drauf aber ich weiß nicht ob die Waffe ob die Waffe denn noch schießt weißt du? aber dann würde die ja rot sein oder? ja denke ich schon ja aber wenn das nicht funktionsfähig ist ja dann ist es glaube ich rot ok dann versuche ich es du hast recht Olli es bringt nichts nicht ich weiß nicht du hast nichts es ist nichts ich weiß nicht es ist nichts Schade, ich bin auch tot. Oh, dem habe ich aber auch nicht noch einen reingedrückt. Schade. Aber ich habe mein Daily fertig. Bis zum nächsten Mal.